Was ist ein Tortenheber und wofür brauchst du ihn? Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du einen Nachmittag lang den perfekten Kuchen bäckst, glasierst und dekorierst, nur um deinem Meisterwerk beim Servieren durch ein Messer und einen Pfannenwender zu zerstören. Kennst du das Gefühl? Was kostet ein Tortenheber? Im Prinzip ergeben sich die Preisunterschiede bei den verschiedenen Tortenhebern aus vielfältigen Gründen. Je nach Material, Qualität, Marke und Design kann ein Tortenheber ungefähr zwischen 2,50 und 400 Euro kosten. Durchschnittlich erhältst du ab 20 Euro einen qualitativen Tortenheber, An dem du lange Freude haben wirst, wo kann ich einen Tortenheber kaufen? Einen Tortenheber kann wie andere Küchenutensilien auch in Haushaltswarengeschäften, in Kaufhäusern sowie in Haushaltsabteilungen unterschiedlicher Einrichtungshäuser gekauft werden. In einigen Supermärkten gibt es auch Tortenheber. Aber die Auswahl hier ist begrenzt. Wie kannst du das Tortenstück ohne Tortenheber auf den Teller heben? Natürlich kannst du ein leckeres Tortenstück genießen, obwohl du keinen Tortenheber zur Hand hast. Es gibt mehrere Alternativen, zwischen denen du entscheiden kannst. Je nachdem, was du zu Hause hast, was zeichnet ein traditioneller Tortenheber aus und was sind seine Vorteile und Nachteile? Der traditionelle Tortenheber hat eine spitz zu laufende Form und einen kurzen, stabilen Griff, mit dem du den Tortenheber balancierst. Dank seiner breiten Hebefläche lassen sich schon geschnittene Torten- oder Kuchenstücke leicht von der Platte heben und unbeschadet auf einen Tortenteller servieren. Was zeichnet ein Tortenheber 2 in 1 aus und was sind seine Vorteile und Nachteile? Neben den herkömmlichen Tortenhebern gibt es auch die sogenannte 2 in einer Variante, die sowohl als Tortenheber als auch als Tortenschneider zum Einsatz kommt. Diese Modelle verfügen über eine zackige Kante, die zum Teilen der einzelnen Kuchenstücke dient. Wie kannst du blitzschnell eine Torte mit wenigen Zutaten zubereiten? Wenn du von einem unerwarteten Besuch überrascht bist oder Zeit sparen möchtest, kannst du folgendes Rezept für Windbeuteltorte ausprobieren. Die Torte ist nicht nur in kurzer Zeit zubereitet, sondern auch schmeckt sehr gut.